Oh Erik, du röst dich! Erik, du röst dich, du röst dich! Erik, du röst dich! VNT Bedankt voor het bellen, Astro TV met Gelano, wie heb ik aan de lijn? Ja, met Erik! Oh Erik, doe rustig! Huh? Erik, doe rustig, ik voel je hele heftige vibes bij jou, hè? Hast du viel Stress, Erik? Nein, ich habe mich nicht. Du musst einfach mit schreuen schreuen. Anders kann ich nicht an ihr werken. Oh, oh, oh. Ich trete ein Kaart für dich. Och! Och, Erik, ich fühle mich auch an der Kaart. Du bist so gefucked, Erik. Oh, das fühlt mich selbst. Erik, ruhstig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Daar muss ich an werken. Ich trete für dich die Brie mit der Brille, Erik. Weet ihr was das? Die Brille mit der Brille, du bist so cool. Und dann geht es weiter. Erik, ruhstig. Die Brille mit der Brille mit der Brille mit der Brille, Das war's für heute. Das heißt, das bedeutet ja, ich habe es auch gesagt. Es bleibt, dass du schnell ruhig bist, sonst geht es nicht. Das ist Erich! Erich, du ruhstig! Erich, ich kann auf diese Weise nicht an ihr werken! Als du willst, dass ich an ihr werken muss, du ruhstig! Erich, ich gruei von der Leyen! Erich! Das ist Erich! Erich! Das ist Erich! 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 Erich, ich gruei von der Leyen! Erich! Erich, ich gruei von der Leyen! Erich! Das ist Erich! Sorry! Orau in der Leyen in mein Joining! Vielen Dank.